herzlich willkommen zu einer neuen folge des selbstbewusstsein podcast der lieblings podcast für deinen beruflichen und privaten erfolg ich bin tobi krieg und ich möchte dir heute wieder ein paar sehr wichtige und sehr schöne impulse geben für dein praktisches leben und für deine weiterentwicklung weil du das brauchst und ich bin mir deswegen so sicher dass du das brauchst weil ich das auch brauche und weil die meisten menschen wenn ich sogar alle menschen mit denen ich in kontakt war und auch darüber hinaus wir sind alle menschen wir sind alle auf einem weg uns weiterzuentwickeln oder irgendwas zu erreichen im besten falle und wenn nicht erreichen wir irgendwas ob das immer das ist was wir wollen ist die frage und was ich beobachte und mittlerweile herausgefunden habe dass das ein wissenschaftlich gesicherter fakt ist ist einer der 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 wesentlichsten faktoren wenn du ein glückliches und erfülltes und erfolgreiches leben leben willst einer der wichtigsten faktoren die art und weise wie du mit dir sprichst das heißt wie du mit dir sprichst wie du mit dir selbst umgehst beeinflusst enorm wie glücklich du bist und ob und wie du das erreichst was du wirklich erreichen möchtest das das beispiel was mir was mir immer in den in den sinn kommt wenn es um diese selbst gespräche positiven selbst gespräche geht erst vor meinem ersten marathon also das war auch mein einziger marathon bis jetzt aber ein erster marathon ich war nicht sonderlich gut trainiert muss ich dazu sagen und 42 kilometer zu laufen ist 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 schon schon herausfordernd ich bin dankbar dass ich es gut geschafft habe aber ich war weder besonders schnell und gerade ab kilometer 30 so ab kilometer 30 also bis dahin gerade so die ersten zehn 15 kilometer das ging ganz gut dann fing es an anstrengender zu werden und so aber ab kilometer 30 al tobeli mir tat alles weh und die beine taten weh und anscheinend hatte ich mir auch die schuhe viel zu fest gebunden das heißt irgendwie vom vom blutrückfluss her war das nicht so gut hat mich dann so ein so ein freundlicher zuschauer der das gesehen hat das meine dass ich krämpfe hatte in den unterschenkeln er hat mich dann rausgewogen sagte ganz so hey aber mir kurz helfen könnte er wäre selber ganz oft marathons schon gelaufen und da hat er mir wirklich ich konnte mich kaum bewegen vor schmerzen es war vielleicht bei kilometer 35 oder so ich stand dann so und er kniet vor vor mir nieder und bindet mir die schuhe neu macht es ein bisschen lockerer und sondern da hatte ich wieder ein bisschen mehr energie es war es war ein ziemlich schmerzhaftes schwer schmerzhafter kampf von kilometer 30 31 32 an und ich bin dann auch viele strecken einfach gegangen also ich kam nicht mehr so richtig war ich konnte mich nicht mehr so richtig aufraffen gas zu geben oder richtig zu joggen es war immer so eine mischung aus mal kurz ein paar schritte joggen und entweder gehen aber ab kilometer 40 ging es wieder los dass man ein lief in die in die ecke vom also in die nähe vom ziel und zuschauer waren wieder da und entschuldigung und und kurz vorm ziel ist man so in das in das in das stadion eingelaufen wo wo ganz viele zuschauer waren wo auch meine frau und freund von mir wurde die wo die auf mich gewartet haben und meine frau kam sogar als ich ein lief kurz vor dem ziel kam schon in den zaun gerannt und mit zu gewunken hat ein foto gemacht und und in dem moment kann mir da so viel energie zurück und so viel spaß zurück dass ich zumindest wieder gepackt habe die letzten den letzten kilometer zu joggen und zu laufen und sogar so einen kleinen endspurt das war kein richtiger sprint mehr aber so einen kleinen endspurt ins richtung ziel in richtung ziel gehen konnte um mir dann meine medaille umhängen zu lassen ich erzähle dir das weil oder ein anderes beispiel noch ganz schnell warum glaubst du es ist im fußball so ein großer vorteil in seinem eigenen stadion zu spielen man spricht ja vom heimvorteil weil wenn du dir vorstellst da ist ein stadion mit 80.000 leuten und 60.000 oder 70.000 davon sind auf deiner seite und feuern dich an und das macht massiven unterschied wie du performst wie viel bock du hast wie gut du durchziehen kannst und ein drittes beispiel noch einfach weil ich gut drauf bin wenn du sport machst und du machst liegestützen oder du trainierst könntest du dir vorstellen dass du besser performst mehr gas gibst und mehr leistung bringst wenn du deinen personal trainer hast der daneben sitzt und dir sagt gas 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 komm noch eine und du schaffst das und du bist gut und geiler typ und noch eins wahrscheinlichkeit ist sehr hoch dass du etwas mehr leisten kannst als wenn du das alleine machst und sofort auf gibst wenn dir die muskeln wehtun so jetzt sind wir ja alle in einem spiel unterwegs das nennt sich leben wir haben da gibt es gewisse spielregeln dinge die funktionieren oder auch die nicht funktionieren dinge die man darf oder nicht machen darf anscheinend und wir haben auch unterschiedliche startpunkte alle also je nachdem wo du und wie du aufgewachsen bist hast du vielleicht einen anderen startpunkt vielleicht einen kleinen vorsprung oder vielleicht auch einen kleinen nachteil mir gegenüber aber wir sind auf den in diesem spiel dinge zu zu erleben dinge weiter zu geben uns irgendwas aufzubauen was uns und der welt gut tut du wirst erleben dass in diesem spiel nicht die ganze zeit vielleicht manchmal nie irgendjemand an deiner seite steht und für dich jubelt und die auf die schulter klopft und dir dir mut zu mut macht und dich bestätigt und oft ist es sogar ganz im gegenteil wenn du aus deinem gewohnten muster aus dem wie du gerade lebst versuchst auszubrechen was weil du du bock hast auf mehr du willst dich persönlich weiterentwickeln du möchtest einen neuen job oder oder eine selbstständigkeit anfangen dann wird es immer wieder die leute geben aus deinem alten aus deiner jetzigen welt die dich kritisieren die dich entmutigen und die letztendlich den effekt haben könnten dass du nein sagst zu dir selber dass du nein sagst zu deinen eigenen träumen um einfach wieder so weiter zu machen wie du bis jetzt gemacht hast und das ist traurig und selbst wenn du diese leute nicht hast die dich die dich langsamer machen die dich kritisieren ist nicht immer im leben die ganze zeit jemand mit dir unterwegs der dir zu jubelt und zu klatscht und so schön das auch wäre und so sehr ich mir das selber auch wünschen würde dass da die ganze zeit jemand klatscht ist es nicht so die größten kämpfe die größten entscheidungen die treffen wir alleine da sind wir alleine da klatscht keiner da kommt keiner da ist keiner der oder die am rand steht und uns überschüttet mit lobeshymnen und mit anfeuerungs gejaule damit wir schneller laufen das ist unser job und deswegen ist das so wichtig und deswegen unter anderem ist es so wichtig dass wir verantwortung übernehmen über unsere eigenen selbstgespräche weil die rolle die rolle von von den personen die du dir wünschst die dich anfeuern die dich begeistern die die mut machen die kannst du selbst übernehmen du kannst es lernen diese rolle selbst zu übernehmen wir alle reden mit uns selbst alle also frag rum vielleicht nimmst du das noch nicht als als selbstgespräche war sondern als gefühle oder also mir geht es halt nicht so gut ich fühle mich nicht so gut aber hör mal hin was in dir abgeht du bist du bist eine ganze du bist eine richtige chatterbox wie man im englischen sagt also du bist dich die ganze zeit am zutexten und ein ganz ganz großer prozentsatz davon ist negativ ist dich klein haltend und da gibt es auch gründe gründe für ein grund ist dass unser ganzes gehirn der mechanist die ganzen mechanismen die wir haben im gehirn die sind nicht dafür da um uns ein schönes glückliches leben aufzubauen oder um um den menschen um uns herum viel gutes zu tun dass das der grundstamm von dem gehirn ist ein überlebensapparat das heißt alles was unsicher und neu und gefährlich erscheint ist erst mal unsicher neu und gefährlich und wenn du dich weiterentwickeln willst und willst was erreichen kämpfst du erst mal gegen diesen widerstand an von achtung nicht machen ist neu könnte gefährlich sein am ende stirbst du also lass lieber und die selbstgespräche sind oft sondern sondern die erwachsen aus diesem negativen state du läufst durch die küche stößt dir einen fuß an und an dem an der ecke und die ersten gedanken die hochkommen sind wahrscheinlich so was wie ach du idiot und kacke was bin ich für ein trottel interessant so redest du also mit dir selbst wenn du die perspektive wechselt wäre das so wie wenn du mit deinem freund durch die gegend gehst und dein freund auf der straße tritt einen haufen hundescheiße und du sagst zu ihm du meinst es komplett ernst du vollidiot du versager nix kriegst du hin jetzt hast du dir die schuhe versaut die sind doch erst neu würdest du ernsthaft so mit einem freund oder mit einer freundin reden wahrscheinlich nicht wahrscheinlich nicht wenn du jetzt deinen alltag mal durchgehen würdest so von morgens bis abends und mach das gerade im kopf einfach mal ganz schnell so du stehst auf was machst du als erstes und dann gehst du weiter und dann irgendwie arbeit und was machst du so den ganzen tag bis du abends ins bett gehst und wenn du diesmal wie so ein film an dir vorbeilaufen lässt untersuch mal wie oft du negativ mit dir sprichst wie oft wenn du du fehler machst du dich innerlich total dafür verurteils wie wenn du etwas nicht beim ersten versuch schaffst dir eine stimme in deinem kopf einredet was du für ein vollversager oder ein vollpfosten wärst oder wie dumm du bist oder dass du das nie schaffen wärst und dass du es noch nie geschafft hast oder so diese stimmen guck mal wo die sind weil was du lernen darfst ist dafür verantwortung zu übernehmen diese stimmen zu verändern und im ersten schritt diesen stimmen erst mal eine antwort zu geben die positiv ist die unterstützend ist die hilfreich ist die dich empowert also die dich aufbaut das erste mein erster wirklicher kontakt mit persönlichkeitsentwicklung war mit mit einem therapeuten und coach der mich in einer sehr sehr schweren emotionalen depressiven situation der mir da geholfen hat und wo ich übrigens total dankbar bin weil ohne dieses dieses erlebnis sowohl die depression als auch das was daraus erwachsen ist wäre ich heute nicht der der ich bin und wäre ich schon gar kein coach das erste was diese person mit mir gemacht hat ist genau das mir aufzuschreiben wo ich tagsüber die ganze zeit diese negativen selbst gespräche habe mich selber kleiner mache als ich bin und mich kritisiere und und so weiter das nächste war es dann antworten logische antworten zu entwickeln die ich mir geben würde oder die ich mir geben kann wenn diese gespräche hochkommen und damit du das auch machen kannst gebe ich dir die empfehlung stell dir wirklich vor stell dir wirklich vor dass du mit einem guten freund oder mit einer guten freundin redest dass wenn diese ganzen negativen stimmen hochkommen dass du dass du wirklich eine antwort gibst wie du das einem guten freund einer guten freundin geben würdest das heißt wenn dein guter freund deine gute freundin neben dir sitzt und sich selber fertig macht ich kriege nichts hin in meinem leben und ich werde es nie schaffen und ich bin ein totaler versager das ist so ein klassisches selbstgespräch wie du das vielleicht auch kennst wenn das dein guter freund freundin sagen würde würdest du wahrscheinlich nicht da noch einen drauf geben und sagen ja du hast recht und du kannst es wirklich nicht und so weiter du würdest was anderes sagen und das sollst du für dich üben das heißt du würdest vielleicht sowas sagen wie hey ich kann verstehen dass dich das frustriert wird mich auch frustrieren aber weißt du was probier es doch einfach weiter du wärst jeden tag ein schrittchen besser und irgendwann kriegst du es hin das ist irgendwie logisch das ist verständlich und das ist aufbauend oder du würdest einfach plain und simpel sagen ey du bist kein versager bleib dran ich finde ich total geil ich bin ein fan von dir ich mag dich auch ein ganz anderer ton plötzlich und das diese rolle kannst du für dich selber übernehmen und ich manchmal ich trainiere das ja auch ich übe das ja auch und ich lebe das auch immer mehr und ich merke wie das mein leben verändert und wie 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 mein leben sich in bunteren farben abmalt weil ich oft diese anfeuerrolle für mich übernehme und ich dann hier unten wie nur kurz das kurze kurzer einschub das heißt nicht dass ich das immer perfekt meister oder dass es immer perfekt klappt ich habe auch zeiten und tage und stunden und manchmal sogar länger als nur tage wo ich nicht verantwortung übernehmen für meine gedanken und wo ich in so eine kack opferrolle wieder reinrutsche und mir das leben wieder schlechter male als es ist und wo ich mich selber wieder fertig mache zum glück fällt es mir mittlerweile früher auf als als zuvor und dann kann ich wieder diese aufbauende rolle annehmen ich renne manchmal hier durch die wohnung oder durch draußen am strand her und hüpfe innerlich hüpfe ich wie so ein wie so ein wie so ein eichhörnchen auf koks rum und feuer mich an oder ich singe meinen namen ja tobi 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 du bist eine geile sau und an dem oder hier so ein spiegel gegenüber gerade wo ich letztens saß ich hier beim hat sich meine frau ein bisschen lustig gemacht ich saß hier an dem tisch dann war am essen und guckte mir selber in die augen im spiegel und fing an hier so ne augenbrauen hoch so ein bisschen so zu flirten mit meinem eigenen spiegelbild ich mache das bewusst weil das witzig ist und weil im laufe der zeit je mehr ich das übe auch so ein high five in den spiegel zu geben oder so ich das ernster meine und ich dann wirklich auch unterbewusst merke wie wie so ein schalter sich so langsam umlegt zwischen einem primär negativen selbstgespräch zu einem primär positiven selbstgespräch und das ist übung und das ist dranbleiben und das hat wirklich was damit zu tun dass du diese scheiß opfer rolle hinter der list lässt und eine entscheidung triffst dass du ab jetzt der der anfeuerer und der mutmacher und der aufbauer in deinem in deinem eigenen leben bist vielleicht fällt dir das leicht vielleicht musst du nur die perspektive kurz ändern und siehst diese ganzen positiven und schönen dinge und dann fällt dir leicht auch positive schöne dinge zu sagen zu sagen vielleicht fällt dir das aber auch schwer vielleicht ist dein leben gerade so beschissen gefühlt dass du es dir kaum vorstellen kannst dir tolle sachen zu sagen mach es einfach trotzdem ganz im ernst da gibt es keine zauberpille und kein wundermittel mach es trotzdem setz dich hin schreib dir die ganze kacke raus die du dir sagst schreib dir positive antworten die du einem freund freundin geben würdest die du dir vielleicht selber manchmal wünschen würdest von anderen leuten oder von deinen eltern oder so und fang an immer wieder dir diese dinge selbst zu sagen vielleicht meinst du es manchmal nicht ernst vielleicht fühlst du es manchmal nicht mach es trotzdem bleibt dran es gibt ein paar hilfsmittel und lass uns da gerne darüber sprechen wenn du das gefühl hast dass ich dir helfen kann trage dich gerne für ein kostenloses gespräch auf meiner website ein der link ist auch hier in den schaunotes wenn du willst kann ich dir noch ein paar hilfsmittel oder tools an die hand geben damit dieser prozess leichter wird damit das damit das noch mal so ein bisschen fluffiger klappt alles aber es gibt keine abkürzung fang an die macht der positiven selbstgespräche zu nutzen um dein eigener anfeuerer zu sein und wenn es dir sogar schon helfen würde dass ein personal trainer noch die extra zwei drei liegestützen aus dir raus motiviert stell dir vor was du machen könntest in deinem leben was für entscheidungen du treffen könntest wenn du dich die ganze zeit am selber anfeuern bist wenn du dir motivierende aufbauende sachen sagst ich wünsche dir da auf jeden fall sehr viel spaß mit das auszuprobieren es kann wirklich wie so ein kleines inneres kleiner innerer kampf ein kleiner innerer spielplatz sein dass das kann auch spaß machen viel spaß beim anwenden mach es bitte wende es bitte an keiner macht das für dich es kommt keiner der sagt hier ich hier serviere ich dir auf dem tablett damit dein leben besser wird du musst es machen und wenn ich dich unterstützen darf und kann melde ich bitte bei mir vielleicht hat diese podcast folge ja schon einen kleinen schritt dazu beigetragen das würde ich mir sehr wünschen und wir hören und sehen uns dann in der nächsten folge macht gut und Bis zum nächsten Mal.